In der Schweiz wird jährlich rund 60'000 Mal eingebrochen. Der Einbrecher sucht sich den ringsten Weg. Das bedeutet meistens ebenerdig, wo Sie wohnen können, wo Sie wollen. Es wird überall eingebrochen. Ein Eigenheim lässt sich auf drei Arten sichern. Das ist erstens die Zutrittskontrolle, zweitens die Videoüberwachung und drittens die Alarmanlage. Die Zutrittskontrolle regelt uns den Zutritt zum Gebäude. Die Videoüberwachung benötigen wir als Beweismittel oder als Auge, das 24 Stunden funktioniert und Tätigkeiten aufnimmt. Und als drittes ist das die Alarmanlage, das System, das uns am besten vor Einbruch und Diebstahl schützt. Wir unterscheiden zwei Arten von Einbruchmeldeanlagen. Das ist die verdrahtete Alarmanlage, die vor allem bei Neuinstallationen eingesetzt wird. Hier wird von der Zentrale zu jedem Melder ein Kabel gezogen. Auf der anderen Seite sind das die Funkalarmanlagen. Diese werden vor allem bei bestehenden Objekten eingesetzt. Sie sind jederzeit erweiterbar, heute sehr installations- und bedienerfreundlich. Und sie haben den Vorteil, dass man bei einem Umzug der Personen jederzeit die Alarmanlage mitnehmen kann. Das Wichtigste ist, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt, bevor es passiert ist. Die häufigsten Einbruchsmethoden sind zu ca. 90% der Einbrecher mit Flachwerkzeug, Schraubenzieher, der die Fenster aushebelt. Eher selten haben wir Glasangriffe, wo der Einbrecher die Scheiben einschmeisst und eingreifend den Griff öffnet und den Fensterbohrer. Die Fensterbohrer und Glasangriffe, das ist eher selten. Eine optimale Wirksamkeit des Alarmsystems wird erzielt durch gute Planung. Wichtig hierzu ist es z.B. auf die Umgebung des Gebäudes zu achten. Weiter ist ein periodischer Check des Systems notwendig. Und wichtig ist es ebenfalls, dass man für den Alarmfall die Intervention regelt. Eine gute Alarmanlage und eine seriöse Firma erkennen wir unter anderem durch eine persönliche und kompetente Beratung. Wertsachen gehören grundsätzlich unter Verschluss in einem qualitativ hochwertigen Tresor. Im Weiteren ist es wirkungsvoll, eine Wertsachenkonzentrierung zu erreichen. Das heisst, ein Einbrecher sollte so schnell als möglich auf den Tresor treffen und wird sich dann auf diesen konzentrieren und weniger Schaden in der Wohnung oder im Eigenheim verursachen. Wir empfehlen für jeden Haushalt einen Safe. Überall gibt es Wertgegenstände, die sicher aufbewahrt werden müssen. Dies können Schmuckstücke aus Erbschaften sein, Dokumente oder andere Güter, welche vor Feuer und Einbruch geschützt werden sollten. Je nach Gegenständen, welche aufbewahrt werden sollen, unterscheidet man zwischen Tresoren oder Kassenschränken, Feuerschutzschränken. Diese werden unterteilt zwischen Datenschränken und Dokumentenschränken. Da ist der Unterschied vor allem die Dauer und die Höhe der Innentemperatur, welche erreicht werden darf. Und man spricht auch noch von Waffenschränken, in welchen Schusswaffen sicher aufbewahrt werden können. Vor dem Kauf eines Tresors sollten einige Dinge beachtet werden. Erstens, achten Sie auf eine europäische Zertifizierung, mindestens ab Widerstandsgrad 2. Zweitens, kaufen Sie keinen Tresor mit Schlüsselschloss, denn die Schlüssel werden von der Täterschaft gesucht. Benützen Sie nur Tresore mit elektronischen Zahl- und Kombinationsschlössern. Drittens, lassen Sie sich durch Spezialisten den Tresor vier- bis achtfach mit dem Gebäude verankern. Und zuletzt, lassen Sie sich von Fachpersonen in spezialisierten Firmen persönlich beraten und schauen Sie sich die Tresore genau an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020